Da kommt einer in die Mitte. Ich versuche ihn mit Schneebellen runter, dann kriege ich auch den Erfolg. Warte, komm, komm. Ja? Flieg? Nice. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ich wollte gerade Jump League sagen, wieso. Zu einer weiteren Runde Skywars. Wir spielen diesmal im Team und zwar zusammen mit TKV90. Hallo. Normal öffne ich ja keine Starterkisten hier, aber ich habe jetzt gerade eine geöffnet und da war ein verzauberter Diabuspanzer drin. Läuft. Wir haben übrigens beide das Maurer-Kit und deswegen bauen wir uns auch gleich mal in die Mitte. Okay, warte, vielleicht sehe ich dich auch schon. Ne, ich sehe dich tatsächlich noch nicht. Wir sind genau gegenüber, glaube ich. Aber da unten ist noch eine Kiste von mir, aber die kann ich leider nicht öffnen. Ich sehe dich. Okay, ist schon besser. Echt? Ich sehe dich nicht. Auf was hast du eigentlich deine Chunks? Ich glaube elf oder so. Ach so, okay. Einer ist runtergefallen. Ja, ich habe es auch gesehen. Holt jeder sich die Kisten, die er auf seiner Seite sind. Dann hat jeder vier Kisten und dann können wir uns gegenseitig was geben. Also ich bin schon in der Mitte unten. Ich bin schon in der Mitte unten. Hä, wo bist du? Ich bist du? Ach, da oben bist du. Oh, ich habe richtig viele Sachen, mit denen man Leute runterschmeißen kann. Aber mal richtig, richtig, richtig viele. Ich habe Essen. Verzauberungsfläschchen, okay. Oh, oh, das ist eine volle Kiste. Ähm, was hast du Besonderes? Ich habe nicht so extrem... Oh, jetzt habe ich extrem besondere Sachen. Okay, ich habe dir mal einen Diabostpanzer hingeworfen, falls du noch keinen hast. Ich habe noch keinen Helm, natürlich. Mir fehlt ja nur ein Diabostpanzer. Echt? Ich habe eine Hose. Da liegt einer. Vor der Kiste. Hier. Du hast ihn gleich. Ich habe nur eine Hose für dich. Hier. Da. Der Diabostpanzer hinter dir. Du bohrst das eiskalt ab. Ja. Ähm. Hast du ein Crafting Table? Ich habe... Nee, ich habe gar nichts, was Holz angeht. Okay, da mache ich mir mal kurz einen. Ich dachte, du hättest... Ich habe eine Truhe. So, zack. Da. Da ist auch kein Holz. Ich habe Sticks. Dann habe ich jetzt ein Tierschwert und dann würde ich auch sagen, dass wir gleich angreifen, oder? Ja, klar. Also dann mache ich mir noch hier so und das runter hier und da. Ich habe vorhin noch ein 16er Stecks Nebele. Ich habe noch ein 16er Stecks Nebele. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich helfe dir. Geh weg. Ich helfe dir. Paule. Sein letztes Stündchen hat geschlagen, mein Freund. Okay, es ist ein einfaches Eingeklopper. Jeder kloppt auf irgendjemanden. Und ich habe ihn. Schön. Das war aber richtig starkes Teamplay. Hast du schon Level? Wenn ja... Ich habe gar kein S. Oh, ich habe richtig viel Essen. Ich habe 26 Stecks. Okay, jetzt habe ich ein paar Level. Danke. Hast du einen Dir-Helm für mich? Also noch übrig oder nicht? Nein. Okay, Schwer für Dir-Schwert. Okay, komm. Attacke. Was war jetzt noch am Tisch? Warte mal. Ich habe kein Dir-Schwert. Da kommt einer in die Mitte. Ich versuche ihn mit Schneebellen runter. Dann kriege ich auch das Erfolg. Äh, den Erfolg. Warte, komm, komm. Ja? Flieg. Nice. Herr, kriege ich jetzt keinen Erfolg? Hey. Boah, Junge. Ich stand am Abgrund und du machst es einfach. Okay. Warte, hier kannst du mich nicht runterschießen. Jetzt füge ich kurz den Kompass runter und tue dich noch weg vom Kompass. Warte. Zack. Denn Teams sind ja auch erlaubt. Wollte ich nochmal so sagen. Hä? Hier. Zeig der Kompass. Hast du noch einen Dir-Helm übrig? Nee, oder? Ich habe sechs Dias. Ach, ich mache mir einfach einen Dir-Helm und verzauber den dann gleich. Warte. Ich habe dir Dias zugeworfen. Danke, aber ich glaube nicht. Ich habe auch noch eine Enderperle. Ich habe auch noch eine Enderperle. Komm, wir gehen jetzt in den Angriff. Ich glaube, die Runde ist gewonnen. Ich will ja noch nicht zu viel sagen, aber wir sind hier zu zweit und haben noch zwei Gegner und haben richtig nice Sachen. Komm mal mit. Ich habe nämlich einen Kompass. Du hast doch bestimmt auch einen. Oh, alles checken. Äh, wo soll hier denn bitte ein Gegner sein? Da hinten angeblich. Vielleicht liegt der im Haus. Okay, warte. Mit der in der Perle? Ich gehe da einfach mal hinterher. Warte, ich will dich aber nicht abwerfen. Geh mal kurz weg. Bisschen. Ja, genau. Sag bitte. Ja, die müsste ankommen. Okay, ich bin angekommen. Ich habe mir das Bein gebrochen, aber warte, bist du das hier? Ich bin direkt hinter dir. Okay, da unten ist einer. Boah, er lag bei mir richtig rum. Du hast ihn. Okay, ich habe ihn. Wieder richtig nice. Der hat den Dia-Helm. Der hat den Dia-Helm. Hier. Habe ich jetzt auch. Also du hast ihn. Ja, ja. Okay. Ähm, hast du noch eine Ender-Perle? Jetzt haben wir halt keine Ender-Perle mehr, gell? Ja. Haben wir nichts. Ähm, der hat ja auch sogar ein verzaubertes Dia-Schwert. Hast du schon eins? Ja, habe ich. Ich habe schon. Schärfe? Er hat doch ein verzaubertes Eisenschwert. Hast du eine Schärfe? Ja. Okay, nice. Er hat auch ein verzaubertes Eisenschwert. Ist der in der Mitte, der Team? Okay, wo ist der nächste Gegner? Ich habe gar keinen. Hallo? Okay, der ist Skype wohl kurz abgeschmiert. Dann hören wir ihn halt nicht mehr. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das noch gewinnen. Ich schreibe ihn mal kurz. Lass Skype sein. Wir gewinnen es jetzt auch so. Oh, oh. Hä, du bist doch noch da? Meine Verbindung ist gerade vorhin verbrochen. Okay, da müssen wir uns jetzt wohl alleine gewinnen. Schade auf jeden Fall. Wir haben aber richtig nice geteamt. Also, wir waren echt gut zusammen. Du schaffst es. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das schaffe. Ich mache diese Folge. Ob du mit dir sagst, ich schaffe das schon ab. Ja, ich schaffe das. Wieso nicht? Ja, klar. Okay, ich baue mir jetzt mal hier so einen Gang. Was hat der vor? Er hat eine Enderperle. Oh. Hörst du mich jetzt noch schon, oder? Ja, ja, völlig. Okay. Kommt hier mal so. Ich sehe nichts. Okay. Also, ich stehe gerade vor einem Typen. Er ist auf einer Base. Ich will mich gerade zu ihm bauen. Und er hat die ganze Zeit eine Enderperle auf der Hand. Das macht mir ein bisschen Angst, dass er gleich zu mir kommt. Und er ist da. Der Kampf. Er leckt. Er leckt richtig. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Mit zwei Herzen. War eine richtig nice Runde. Zum Schluss hat er gegnern noch ein bisschen gelegt. Er hat aber auch sehr gute Rüstung und auch ein verzauberes Stilschwert. Wir haben auch gut mit dem Ticker von 90 geteamt. Drei Kills gemacht. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und auf Abschieden wird auch schon. Ciao, ciao. Wollte ich auch noch was sagen? Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, bye. Tschüss.